Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es neue Podcast-Empfehlungen. Ja, ich bin ein großer Fan von Podcasts geworden und hatte euch, ich glaube, im September schon mal fünf Podcasts vorgestellt. Eine Mischung aus Podcasts von Spotify und auch auf Audible, denn auch Audible bietet ja seinen Abonnenten kostenlos Podcasts zur Verfügung. Aktuell stecke ich aber in einer Audible-Pause und dementsprechend bekomme ich dann die neuen Podcasts sozusagen oder doch, ich glaube, die Folgen kommen weiterhin umsonst, aber ich kann keinen neuen Podcast ausprobieren und müsste dafür dann im Grunde ein Guthaben bezahlen. Weswegen ich mich doch sehr auf Spotify verlagert habe, immer mal wieder etwas Neues entdecke und ich glaube, jetzt auch alle vier neu genannten Podcasts sind sozusagen auch auf Spotify. Ich glaube auch zum Teil auf iTunes, aber da höre ich persönlich eben nicht. Ich bin wirklich auf Spotify unterwegs und mag das Podcast hören unglaublich gerne, weil man hat natürlich so kurze Folgen, ich sage mal zwischen 15 und 30 Minuten. Bei manchen Podcasts durchaus mal was über eine Stunde, was dann schon eher irgendwie so ein bisschen Hörbuchcharakter hat und ich finde so etwas wirklich für zwischendurch immer mega praktisch. Egal, ob es mal eine Autofahrt ist, ob es mal eine Auszeit auf dem Solarium ist, was ja so 20 Minuten sind und ja, das genieße ich eben einfach sehr, dass man eben in so einem kurzen Moment trotzdem etwas Abgeschlossenes hören kann. Und ich habe jetzt vier Tipps heute mitgebracht, werde euch so das Podcast-Foto sozusagen auch mit einblenden und bin natürlich auch gespannt auf eure Tipps. Und ja, wenn ihr da irgendwas habt, auch immer gerne in die Kommentare freue ich mich immer sehr darüber. Ja, es sind vorwiegend tatsächlich zurzeit Podcasts, die so ein bisschen in die Richtung Selbstfindung gehen, Achtsamkeit, die so ein bisschen der Seele schmeicheln, wie man so schön sagt. Aber auch ein Podcast ist mit sehr humorvollen Inhalten dabei. Ja, der erste Podcast, den ich empfehlen möchte, ist Gratitude Daily von Marila Behrens. Hier bekommen wir wöchentlich so ziemlich einen Podcast von ihr. Der Podcast ist aber nur, ja, ich sag mal die Spitze des Eisberges, denn ich verfolge Marilena auch auf Instagram. Und ja, da erzählt sie uns ihren Weg sozusagen ein bisschen, wie sie dahin kam, wo sie heute ist. Sie unterstützt uns bei der Suche nach unserem Warum, bietet hier auch Workshops an und Seminare, was ich mega spannend finde, was ich, glaube ich, tatsächlich doch mal in naher Zukunft auf jeden Fall mitmachen möchte. Und es geht hier natürlich um das Dankbarsein, um ja täglich etwas zu finden, worüber man sich freut, wofür man wirklich von Herzen dankbar ist und was das auch mit dem Menschen macht, dass er dann eben dankbar für etwas ist. Und ich mag ihre lockere Art unglaublich gerne. Ich höre ihr super gerne zu. Ich finde, sie hat etwas Entspannendes und Motivierendes gleichzeitig. Und ich mag ihre Inhalte und ich folge ihr, wie gesagt, auch auf Instagram. Das kann ich hier auch absolut empfehlen, weil sie uns so auf ihre Reise eben einfach mitnimmt. Sie war jetzt eben in Thailand oder ist da zur Zeit auch noch, war ja so ein bisschen in Asien auch unterwegs. Und zeigt uns ihre Dankbarkeitsmomente und ihre Yoga-Routine und ihre Morgenroutine und hat auch das ein oder andere Mal in ihrem Podcast eine Meditation mit dabei, was ich super schön finde, ich mag. Geführte Meditationen ja immer mal wieder super gerne. Nicht immer. Manchmal möchte ich bei meiner Meditation auch einfach allein sein. Aber ich finde, so ein neuer Impuls, der bringt einen immer so ein kleines Stückchen weiter. Und das mag ich eben bei ihrem Podcast auch unglaublich gerne. Ich höre ihr wirklich super gerne zu. Ich glaube, sie hat jetzt schon über 100 Folgen. Und ich habe ja so im letzten Vierteljahr wahrscheinlich wirklich sehr viel aufgeholt. Habe wirklich auch von vorne angefangen, habe so ihren Weg mitverfolgt. Ich mag auch ihre Interviews, die sie macht. Auch dann ja die Interviewpartner, wo ich dann durchaus eben auch jemanden finde, den ich weiterverfolge. Wo ich auf einen Buchtipp stoße, auf einen Podcast-Tipp, auf ein YouTube-Video. Ich glaube, Marilena ist auch auf YouTube. Wenn das so ist, packe ich mal ihren Kanal auch unten in die Infobox, weil der Podcast dann eben auch da gehört werden kann. Solltet ihr kein Spotify haben, könnt ihr hier auf jeden Fall mal reinhören. Und ich packe das auf jeden Fall in die Infobox. Schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Der zweite Podcast ist von Katharina Thürer und nennt sich Kokona. Und Kokona ist für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Und darunter konnte ich mir anfangs überhaupt nichts vorstellen. Habe aber dann doch schnell gemerkt, dass mich viele ihrer Themen sehr, sehr interessieren. Also auch hier haben wir das Thema Achtsamkeit. Das Warum suchen. Warum ist man auf der Welt? Was möchte man geben? Für was brennt man? Wie kann man das brennen? Sozusagen vielleicht aus dieser Leidenschaft aus dem Hobby. irgendwie dazu verwenden, dass man eben sein Leben mit Sinn erfüllt, insofern man auf dieser Suche ist. Man muss natürlich das immer ein bisschen differenzieren. Manche Menschen sind ja eben auch einfach ohne ihren tieferen Sinn, sage ich mal, glücklich. Oder ohne den ständig in den Vordergrund zu heben, einfach glücklich. Das muss man natürlich einfach für sich selbst wissen und auch herausfinden. Und es soll ja in keinster Weise irgendeine Wertung oder sowas beim Thema Achtsamkeit oder so sein. Es gibt ja auch kein Besser oder Schlechter. Aber mir gefällt bei Katharina auch einfach ihre so echte Art. Man hat das Gefühl, sie ist einfach so. Es wirkt sehr authentisch. Auch sie nimmt uns auf den Weg mit. Stellt uns auch unterschiedliche Dinge immer mal wieder vor. Auch verschiedenste Frauen, die eben ihre Leidenschaft irgendwie dazu nutzen, das eben auch mit anderen zu teilen. Vorwiegend in diesem Fall dann eben auch Frauen. Und das finde ich einfach auch einen mega spannenden Weg. Welchen Weg Frauen nehmen können und was da so ein bisschen dahinter steht und dahinter steckt. Und wie man eben als Frau, in diesem Fall ist das eben tatsächlich eher ein Podcast für Frauen, eben auch so seinen Weg finden kann und diesen dann auch gehen kann. Und ja, eben auch zum Beispiel hat sie sich um den Mondzyklus so ein bisschen beschäftigt. Da auch Interviews geführt, was ich mega spannend fand. Einiges war einem so irgendwie im Unterbewusstsein schon bekannt. Anderes hat sie wieder aufgefrischt zu dem Thema, fand ich mega spannend. Auch hier, glaube ich, erscheint wöchentlich eine Folge. Auch hier habe ich von vorne angefangen, mir die spannenden Themen herausgesucht. Es ist natürlich schon so, dass es durchaus eben auch Folgen gibt, die einen nicht ansprechen. Das finde ich persönlich aber auch gar nicht schlimm. Jeder steht ja auch mit seiner Entwicklung, sage ich mal, woanders und kann sich dann eben einfach das Thema herausziehen, was er spannend findet. Es ist ja auch oft bei Sachbüchern so, dass es eben auch einfach Kapitel gibt, die einen weniger ansprechen und die überfliegt man dann oder hebt man auch für den Zeitpunkt, wenn es soweit ist. Und so ist das natürlich bei einem Podcast durchaus auch. Und bei Katharina fühle ich mich auch so ein bisschen angekommen. Ich höre ihre Podcasts super gerne und bin wirklich immer gespannt, wenn was Neues kommt. Ist das was, was mich anspricht oder nicht? Und stürze mich dann wirklich auf diesen Podcast und genieße dann diese Zeit des Hörens auch sehr. So auch bei Andrea Morgenstern. Ihr Podcast heißt Soul2Go. Andrea Morgenstern verfolge ich schon Jahre auf YouTube. Auch ihren YouTube-Kanal packe ich mal in die Infobox. Wobei ich glaube, da ist es ja etwas ruhiger geworden. Und Andrea Morgenstern, hier kann ich mich sehr bewusst daran erinnern, dass sie immer sehr mit Migräne zu kämpfen hatte und eigentlich immer so ein bisschen auch ihren Weg erzählt hat, wie sie damit umgeht, wie sie es auch irgendwie besser macht, wie man es heilen kann. Und ich mochte ihre YouTube-Videos immer super gerne, weil sie hat sich sehr auch, ja, um tierversuchsfreie Kosmetik bemüht, um Nachhaltigkeit, um, ja, auch Naturkosmetik. Es ging dann eben auch einfach so ein bisschen weiter um Yoga, um Achtsamkeit, um Buchtipps, was die mit einem machen können. Und das mochte ich an Andrea schon immer super gerne. Und irgendwie tue ich Zufall, habe ich relativ spät eigentlich jetzt erst gemerkt, oh, sie hat ja tatsächlich auch einen Podcast und bin dann da im Grunde auch hängen geblieben. Weil Andrea auch eine sehr motivierende Frau ist, die uns ihren Weg einfach sehr offen präsentiert, sehr authentisch zeigt. Natürlich schon das ein oder andere Mal auch was dabei ist, was man durchaus vielleicht aus den Videos schon irgendwie kennt. Aber ich finde, gute Dinge können gar nicht oft genug wiederholt werden. Und guckt euch einfach mal ihre Videos an. Und wenn die euch irgendwie ansprechen, die Titel der Videos oder auch der Inhalt, dann guckt euch mal den Podcast an. Auch hier, glaube ich, haben wir wöchentlich eine Folge, habe ich mir zumindest mal so aufgeschrieben. Und in ihren Videos geht es halt auch immer wieder um Leichtigkeit, um Lebensfreude und wie man die eben steigern kann und eben auch diese Lebensfreude so beibehalten kann und die überhaupt auch finden kann. Und das finde ich was, was wirklich wichtig ist auf dieser Welt. Denn ich finde, wir haben alle viel zu wenig Leichtigkeit in unserem Leben. Und gerade in Deutschland habe ich dieses Gefühl sehr, sehr häufig. Und auch die Lebensfreude kommt zu kurz. Also auch ich habe sehr oft das Gefühl, dass wenn man ein sehr ruhiger Mensch ist, ein ausgeglichener Mensch und sich ein kleines Ding freut, dass man da manchmal schon gefühlt auch belächelt wird. Und das ist was, was mich innerlich schon so ein bisschen zweifeln lässt an der Menschheit, wo natürlich kann nicht jeder mein Inneres verstehen. Das ist auch gar keine Frage. Aber ich bin sehr beruhigt, dass es eben anderen Menschen auch so geht und dass die ähnlich denken wie ich und ich mir nicht mehr ganz so alleine gefühlt vorkomme, wie es vielleicht noch vor zwei Jahren der Fall war, wo ich dachte, was passt nicht mit mir. Warum habe ich diese Gedanken? Und gerade diese drei Podcasts, zum Beispiel auch ein paar andere und auch Sachbücher, helfen einem natürlich zu sagen, okay, es ist doch irgendwie ganz normal und es ist nichts Unnormales in mir, dass ich zweifle, dass ich etwas suche, dass ich auf irgendeinem Weg bin. Und das finde ich einfach mega, mega spannend. Und ich glaube auch, dass das durchaus auch ein Thema einfach ist, das man auf einem YouTube-Kanal, auf einem Booktube-Kanal besprechen kann, weil es dazu natürlich auch genügend Literatur gibt. Und wie kam ich denn jetzt hier in dieses Gedankenkarussell rein oder in diesen Sprechkarussell? Ja, Andrea Morgensterns Podcast. Wenn ihr also hier auf der Suche seid, wirklich nach Leichtigkeit, nach Lebensfreude, wie man das eben auch so in den Alltag integrieren kann, dann guckt auf jeden Fall bei Soul2Go vorbei, denn Andrea, finde ich, macht das auch wirklich super. Und es gibt auch schon einiges, was man sich da anhören kann. Und nach diesen ganzen Selbstfindungsthemen, Achtsamkeit und wie werde ich glücklich im Leben, haben wir im Grunde zwei Männer, die sich beste Freundinnen nennen und die diese Lebensfreude im Grunde auch absolut ausstrahlen und mich sehr oft zum Lachen bringen. Denn es sind Max und Jakob. Und ja, diese beiden Jungen sprechen über alles. Von Frauen, über Single-Sein, über One-Night-Stands, über ganz andere Dinge. Und sie nehmen absolut kein Blatt vor den Mund. Das muss man mögen, dass das manchmal schon auch sehr direkt ist und ich sage jetzt auch mal sehr derb ist. Das kann vielleicht nicht jeder ab. Aber ich mag es sehr oft sehr gerne. Ich muss natürlich da auch ein bisschen in Stimmung sein, um diesen Humor dann auch lustig zu finden. Also für morgens um 6 Uhr ist das noch nichts. Gar keine Frage, da brauche ich einen anderen Input beziehungsweise eigentlich gar keinen Input, da brauche ich nur mich. Aber man muss da definitiv auch einfach so die richtige Zeit für sich finden, dass man sagt, so, jetzt möchte ich schmunzeln, jetzt möchte ich lachen und dann bin ich auf jeden Fall bereit für beste Freundinnen. Auch hier habe ich mir einen wöchentlich aufgeschrieben. Das heißt, dass ja auch dieser Podcast wöchentlich auf Spotify zu finden ist. Und es geht hier einfach um alles, was diese zwei Männer bewegt. Und das ist gar nicht so viel anders als das, was uns Frauen bewegt. Sie drücken es nur ein bisschen anders aus. Und ich finde das mega spannend, hier so in die Köpfe von zwei Männern zu gucken, was man ja sonst eher seltener tut. Also natürlich im Freundeskreis ist das schon eher mal der Fall. Aber jetzt so wildfremde Männer eigentlich, wobei, sind sie jetzt noch wildfremd? Wer weiß. Finde ich mega spannend. Und man merkt, dass wir Frauen uns manchmal über Dinge Gedanken machen, wo Männer eigentlich denken, das ist mir eigentlich total egal. Und umgekehrt beschäftigt eben auch Männer mal was, wo wir Frauen uns fragen, ja, wenn ich das mal gewusst hätte. Also es ist super spannend, es ist lustig. Es geht hier wirklich zum Teil um ernste Themen, aber natürlich auch einfach so um das Dating, um die Liebe, um ja eben auch mal One-Night-Stands oder was daraus werden könnte. Und das finde ich wirklich großartig. War mal eine Empfehlung von einer lieben Freundin von mir. Und ich habe dann wirklich auch so angefangen, so nachträglich die Sendungen anzuhören. Und ich finde das wirklich großartig. Die zwei Jungs gefallen mir unglaublich gut. Ich mag auch, ja, so ein bisschen ihre Stimmung und ihre Stimme selbst. Und ich finde, die machen das wirklich toll. Höre ich super gerne. Wer eben auch mal einfach was Lustiges zur Unterhaltung sucht, ist hier auf jeden Fall auch richtig. Und das waren sie jetzt auch schon. Meine vier weiteren Podcast-Tipps, ja, die ich jetzt so in letzter Zeit, beziehungsweise ich sage jetzt mal locker das letzte halbe Jahr, irgendwie höre, beziehungsweise entdeckt habe und mich reingehört habe. Und ich hoffe, dass ihr vielleicht mit dem einen oder anderen Tipp auch was anfangen könnt. Ich packe das vorhergehende Video mit den ersten fünf Tipps vom Herbst einfach mal in die Infobox. Wenn ihr noch weitere Podcast-Tipps wollt, schaut da einfach gerne mal vorbei. Wenn ihr selbst Podcast-Tipps habt, dann natürlich auch ab damit in die Infobox. Nein, in die Kommentare natürlich. Und guckt auch so mal in der Infobox. Da ist allerhand verlinkt. Und vielleicht findet ihr da auch einfach noch mal was Spannendes dazu. Und ja, ich bin jetzt neugierig auf eure Tipps, beziehungsweise wie ihr meine Tipps so findet, ob das was für euch ist, ob euch das Thema zum Beispiel Achtsamkeit und Lebensfreude und der Suche nach warum auch so interessiert wie mich selbst. Denn ich glaube, dass das definitiv ein Thema ist, was man ja immer mal wieder so ein bisschen auch gerade durch Literatur oder ja verschiedene Hangout-Partner auch einfach mal so ein bisschen intensivieren kann, wenn euch das interessiert. Und ich bin jetzt gespannt auf eure Tipps. Danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.